Außer Grace Rollins zu verarschen, willst du damit noch mehr ausdrücken? Zeigen wir die Lügen, die man uns erzählt, bereits in unserer Kindheit anfangen. Die Unterdrückung der Jugendlichen. Da ist was dran. Das müssen wir denen doch wohl heimzahlen, oder? Denkst du, unsere Eltern haben Angst vor uns? Ja, und sie haben allen Grund dazu. Naja, wir haben eine bessere Bildung als sie. Wir sind besser in dieser Welt verankert. Aber die sehen das umgekehrt. Die sehen das ganz anders. Die betrachten uns gerne als Experiment. Mir ist nicht klar, was meine Eltern mit mir beweisen wollen. Davon mal abgesehen, vermurksen sie mich völlig. Aber nicht mit Absicht. Oh doch. Es ist meistens eine bewusste Entscheidung, jemanden zu vermurksen, Jim. Ich bin klüger und viel anpassungsfähiger als meine Eltern. Aber du bist und bleibst ein Kind für sie. Das stimmt hundertprozentig. Also dann, übernimm du die Macht, Emily. Die Macht? Ganz genau, du weißt, wie die Welt funktioniert. Wie die Menschen ticken. Ja. Nutze die Gunst der Stunde. Mach was aus der Welt. Zeig mal ein bisschen Ehrgeiz. Was machen, was tun, töten? Ja. Warum nicht alles drei? Damit das Leben an Bedeutung gewinnt, muss man etwas daraus machen, oder nicht? Wie wär's, wenn wir die nächsten zwei Monate nutzen, um in der Welt anzukommen? Wow. Kreativ und positiv. Du bist wirklich ein Teenager. Ausrufezeichen, William. Ausrufeichen. Ausrufeichen. Ausrufeichen.